So, jetzt sind wir quasi auf der Strecke nach Pai. Hier hoch, die 1096, glaube ich, heißt die Straße. Das ist aber der Highway. Also hier geht es ziemlich flott, kurvig bergauf. Kurven, kurven, kurven. Kurven, kurven, kurven. So, jetzt geht es wieder rüber. Jetzt verengte Fahrbahn. Jetzt geht es wieder runter. Zeigen wir euch das mal ein bisschen. Wie das hier funktioniert nach Pai. Und deshalb sagen die, ja gut, das sind bloß 130 Kilometer. Aber für die 130 Kilometer braucht man drei Stunden. Also teilweise fahren wir wirklich so Tuk-Tuks und langsame Kröten total überlastet hier auf den Straßen, wo man dann überholen muss. Aber es ist schon, ja, braucht man schon Zeit. Oben, jetzt nach unten. Ja, macht so ein bisschen was nach Kitzbühle. Ja, aber ohne Berge. Ja, ja, ohne Berge. Aber es ist schon sehr kurvig hier. Dass ihr mal seht, wenn ihr euch ein Auto aushält, aber es ist schön zum Fahren. Es ist wenig Verkehr, wie man sieht. Und ja, schaut euch mal selber die Strecke ein bisschen an hier. Aber es ist auch alles gut ausgeschildert, weil man weiß, dass eine starke Kurve kommt. Es ist dann extra nochmal ausgeschildert oder beschrieben, dass man schon rechtzeitig vom Gas geht. Einfach ein bisschen langsamer fahren nach der Zeit. Wir sind hier im Urlaub. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen kurviger hier. War gerade so ein komisches Schild. So eine Zick-Zack-Geschichte, oder? Also wenn da als Pick-Upper hinten drin sitzt, in so einem LKW oder in so einem Van, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Da wird es ja bloß noch schlecht. So kannst du wenigstens nur einigermaßen dich darauf einstellen, dass eine Kurve kommt. Aber wenn du hinten drin hockst und angewiesen bist und gibst die Verantwortung ab deines Lebens an irgendeinen Hubsala, an irgendeinen Fahrer, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat, dann kann das schon eng werden. Aber man muss auf jeden Fall wach bleiben. Oh mein Gott. Wenn das jetzt noch die nächsten zwei Stunden so geht, dann können wir danach kotzen. Och wenn du da hinten rauskopfst, dann kann das auch gut sein. Das geht nicht drum, ja. Oh, du bist ja noch我們 heute wieder auf dem fliehen. Jetzt komm mal los. So geht es. 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 So geht es? So geht es. So geht es. Soll ich jetzt weiß, was sie gemeint haben, von der Strecke hier, weil jeder kurvig, kurvig, kurvig. Untertitelung des ZDF, 2020